Hey Leute, ich habe einen affig teuren Parfum geholt, für 10 Euro und wir machen das auf. Ja, auf! Okay, das auf. Und jetzt, wir müssen nur noch rausbekommen. Das ist eben, weil es so aussieht. Ich mach das auf. Das wird ein wenig dauern. Auf ist auch. Und jetzt mich anparfümieren. Hey Leute, jetzt ich anparfümieren. Ja, ich habe mich anparfümiert. Sehen, riech. Leute, das war nur ein Witz mit 10 Euro. Das kostet eigentlich nur 1 Euro, was er riecht. Oder 2 Euro. Nee, das kostet eigentlich 3 Euro. Was er riecht. Oh Gott, ich habe das auch ein wenig in meine Augen bekommen. Warum ich soll das eigentlich auf mein Teeset machen.